Jau Leute, was geht? Whitey und herzlich willkommen zurück. LEGO Dimensions Ghostbusters Storypack am Start. Ich habe mir hier mal echt so den Dreher 3000 geholt hier. So, und wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir müssen zusehen, dass wir Slimer gefasst bekommen. Achso, bei grünen Fixer habe ich schon gefragt, wo grün bleibt. Okay. Juhu. So, die Kassen sind geöffnet. Wer spielt denn? Groosman Ghost Smashers. Alles klar, okay. Warum dreht sie eigentlich die Drehtür? Die können doch da so durchlaufen, oder nicht? Hättet ihr besser mehr Zeit in die Flugzeugszene des A-Teams Abenteuer, der A-Team-Abenteuer-Welt gesteckt. Das wäre besser gewesen. So, da hinten ist ein Minikit, da ist ein Minikit, ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Kids. Ah. Wer möchte fliegen? Du. Was? Was? Achso. Ehrlich? Aufbauen? Warum das denn? Na gut, bauen wir auf. Egal. Mir soll das doch egal sein. Da ist auch ein Minikit im Hotdog-Stand. Hier sollte eins sein. Im Hotdog-Stand. Wir werden es gleich schon finden. Keine Sorge. Ich brauche jetzt erstmal das hier auf, damit unten die Tiefgarage da aufgeht. Oder keine Ahnung, was das für eine... Was das da ist. Genau. Juhu. Juhu. Mäuse. Ratten. Iiii. So. Was ist hier los? Wir müssen etwas zusammenbauen. Was ist das? Okay. Einfacher kann man es einem nicht machen, würde ich sagen, oder? Einfacher kann man es einem nicht machen. So, hier sind wieder Geister. Oh, 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 das war knapp. Jawoll. Boah, wie viele Steinchen wir hier bekommen. Das ist so geil, ne? Das ist so mega geil. Dabei brauche ich gar nicht mehr so viele. Aber es kommen ja noch einige Packs raus. Was? Ja, das ist eine echt gruselige Parade. Ich habe hingesehen. Ah. Der Eiskönig aus Edward's Hotel. Okay, lassen wir die Balance platzen. Holzman. Du musst es einfach hinsehen, oder? Eiskönig-Ballon-Figur. Habt ihr gesehen? Dahinter war der Marshmallow-Man. Oh mein Gott. Eins vor drei. Wow. Wow, 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 wow. Oh, Legoshima. Das erfreut mich sehr, dass ich hier Legoshima brauche. Ja, sehe ich. Ach so, ich muss das erst holen. Ha, ha, ha. Was willst du denn von mir, du Drecksgeist? Ey, na gut, das sollte aber ausreichen. Nimm alles. Ja. Boah, Minikid Nummer sieben. Hau doch ab hier. Was willst du denn von mir, du Drecksgeist? Muss mich jetzt erst mal hier um den da kümmern, hier. Ich kriege jetzt erst mal richtig. Gut, kaputt kriege ich jetzt nicht mehr. Schneller, schneller. Ey. Ja. Schnell. Schnell. Schnell, hör doch die Krone. Ja. Alle drei, alle vier zacken? Nee. Quatsch. Aber wie? Dreh dich um. Dreh dich um. Wow. Na, hier seht ihr die Luft aus? Hat das gerade ein Wortwitz? Ja. Den wollte ich schon lange irgendwie anbringen. Mach mal piff. Ein weiterer Angriff. Der Bösewicht, der Eggman aus Sonic. Okay, okay, okay. Gar kein Problem für uns. Gar kein Problem. Ich stelle jetzt alles drauf, was ich brauche. mehr brauche ich doch gar nicht. Warum kannst du das denn nicht? Warum kann der denn nicht da durch? Wo ist der, wo ist der Schatz? Gar nicht. Gar nicht. Wie ist dieser klochige Mark? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Alter. Wack. So. Das müssen wir machen. Ja, ich brauche noch jemanden Nee, egal wer kommt Dummkopf So, wir brauchen jemanden, der groß wird Wo ist er? Da ist er, Paddy, komm Wir brauchen ein Ohr-Kitty Wo? Ja Okay, kümmern wir uns um Um die Bösen, ja Ja, tschüss Das ist toll Wann muss ich tun? Was muss ich tun? Irgendwas aufbauen oder so? Kaputt machen? Aufbauen, kaputt machen, kaputt machen und aufbauen? Das ja auf jeden Fall nicht Das auch nicht Was muss ich tun? Okay, kann es sein, dass wir Die kaputt machen müssen? Ja, ne? Könnte gut möglich sein Ein bisschen umständlich gerade hier alles So, du auch noch hier So, und jetzt Achso Warum Warum sagt das keiner Oder zeigt das keiner Dass wir das aufbauen müssen? Ja, so zeig ich mir das auf jeden Fall an Das ist nett Ein Sonic Ey, wie geil Ein Sonic-Ballon Ein Sonic-同 Daa99 Aus Die 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 Aaaaaah Ja, wir müssen auf diese angreifbaren Flächen zielen. Ja, jetzt auf einmal, oder was? Wird aber auch mal Zeit hier. Wollte schon vor einer halben Stunde anfangen. Das war einfach. Haut der ab? Nee. Wow, wow. Ja, hau mal drauf hier. Und jetzt kommt bestimmt der Marshmallow Man. Natürlich. So, hier haben wir erstmal unser 10. Millikit, genau. Damit haben wir das dann hier auch auf 100. Du weißt. Boah, der hat aber auch einiges hier an Gold, ne? Oh, guck mal, die Beine auch noch, ey. Dann noch so da an der Hüfte. Und goldenen Hut hat der noch auf. Äh, gibt's ja gar nicht. Ach, du dickes Ei. Das ist auch noch Gold da. Oh, geht doch kaputt. Oh, es geht nicht kaputt. Jetzt aber. Ich komm nicht an den Auslöser. Genau so hab ich mir meinen Tod vorgestellt. Ach, erstaunlich anfällig für scharfe Gegenstände. Hab ich euch gefehlt? Willkommen zurück. Schreie ich? Retten wir diese Stadt und holen unseren schrecklichen Rezeptionisten zurück. Wir finden keinen zweiten, der so hübsch ist. Ja, aus denen heutzutage ist alles, würde ich sagen, oder? So, Freunde, abgeschlossen, würde ich sagen. Regelloser, natürlich. Den Paul haben wir gerettet. Alle 10 Minikits haben wir natürlich auch gefunden. Sehr gut. Zu 100% abgeschlossen. So muss es sein, Freunde. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo da lasst, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann. Freunde, sehen wir uns nächste Folge wieder. Also habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und Peace. Ja, mega. Einfacher geht's doch gar nicht, Freunde. Einfacher geht's doch gar nicht. Popcorn. Juhu. Korrekt. So, Freunde. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kriegen wir Slimer gefasst. Was will Slimer von uns? Will er uns nur ärgern? Will er unser Freund sein? Ist er vielleicht böse? Wir müssen es ja rausfinden, Freunde. In der nächsten Folge geht's los. Ich hol mir ihren Drehwurm. Habt euch einen schönen Tag. Daumen hoch, um euch gefällt.